Moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Trouble in Terroristown, mit dabei DaluKat, Horchi, Pada, McManus, Pipa, VitaWolf, Anne, Gorobai und der Gräntz. Hallo! Hi! Der Gräntz. So, Icecar erzählt sich selber mit. Ja, macht ja sonst wieder keiner hier. Oh, wir lieben dich Gräntz, du bist der Beste. Wer hat das gesagt? Gay! Ja, jetzt so gerne. Ey, kippt er mich da runter. Ich seh' einen Fans fixen mit mir und Gräntz. Oh Gott, ey, ich bring mich um. Die Gay-Fanfiction von Horchi und Gräntz. Ist Fanfiction nicht immer gay? Fanfic? Nein. Sonst fragst du jetzt, weil du schon Gay-Fanfiction bekommst. Nee, aber wenn Sarah sah und Gronkh haben doch immer nur Gay-Fanfiction. Ja gut, das bietet sich halt an. Ja, ja. Die bärtige Lady Gronkh. Oh, wir haben nur noch einen Detective. Oh. Das wird schwer. Ist da einer verreckt? Äh, ich glaub, da ist einer gestorben. Ich glaub, da ist einer Missing in Action. Ich glaub, McManus? Oh ja, Gräntz ist Missing in Action, Leute. Okay. Gräntz ist Missing in Action. Jetzt sind wir mal ein anderer. Du wolltest mich umbringen mit diesem K. Das hast du gut erkannt. AWP! AWP! Das ist so ein Gräntz-Ding. Das ist ein Gräntz-Ding. Sehr. Und auch Gada hat ja noch zugegeben, dass einer Missing in Action ist. Naja, das ist so ein Leuchttungs-Ding. Ich kann ihn nicht haben, ey. McManus? Oh, ein Striper. AFK? Ja, er ist, glaub ich, schon die ganze Zeit AFK. Das ist, glaub ich, auch. Da steht er nur rum. Ja, da muss er seine... Dann ist er frei zum Abschluss. Ja, dann ist er frei zum... Er ist Detective. Nur wer sich... Ah, Detective Donut. Er ist wahrscheinlich Traitor. Er macht das schon ganz gut, so als Beamter. So zum Regenstilierungen. Die ersten Leute sind schon gestorben, aber... Platter und Discollator den Ping. Das ist ganz ruhig, aber ich find einfach keinen. Das ist Dalu da oben. McManus, äck, bist du da? Dalu ist auf dem Ton. Ja, der zieht doch auf mich die ganze Zeit. Hab's lau bei dir? So ein Kehl. Ich fühl mich bei ihm sicher als Detective. Gibt's denn jetzt auch einen Traitor? Detective. Detective. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Gibt's nur einen Traitor? Jetzt ist Anne, weißt du das? Komische Geräusche. Äh, nee. Was ist mit mir? Anne ist meine Kollegin. Das ist Tit-t-t-t. T-t-t-t-t-t. Dalu drängt! Wow! Wer ist das da oben? Dalu, ja. Dalu, ja. Dalu und, hier, wer war das hier? Taisa. Hast du auf mich geschossen, Anne? Anne? Goro bei und Dalu! Warte, warte. Er ist da drin. Flick eine Bombe dran. Ja, warte. Hast du einen oder so dich an den Kopf? Hast du einen oder so dich an den Kopf? Au, das ist doch nicht nett. So, jetzt. Achtung, der Detective lebt noch. Wir müssen vorsichtig sein. Go back, Manus. Warte, 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 lass mich. Ich will drausspringen. Du willst drausspringen? Ja, okay. Warte, ich mach auch noch Slow-Mo an. Du musst aber, dass das gut in Szene ist. Ja, warte, warte, warte. Bist du über ihm? Oh, warum? Oh, er wird gekippt! Hahaha! Das sah gut aus jetzt. Sehr geiles Ding, ey. Wie geil, drei Leute kommen auf den Leuchtturm zugelaufen. Und dann ging's rein. Dalu, warum frutzen? Er stirbt einen, vielleicht lupst er hier. Ich schrei, es ist Dalu. Ando drückt einfach mal kurz ab. Hast du echt geschossen? Ich, es wurde auf mich mit einer Shotgun geschossen und du hast einen Shotgun in der Hand. Ja, Anne ist einmal eiskalt. Ja, das ist so ein Marv. Echt? Das ist so krass. Boah, das ist aber ne Beleidigung. Rausenradikal, weißt du doch. Marv und Anne blenden immer den Namen aus. Hm, isses. Und dann wird einfach geschossen. Hier ist schon einer tot. Das war keiner. Das war nicht du mit dem, mit dem Kahn. Bei Anne kommt noch, es gibt nen Traitor auf euch. Ja, es gibt nen Traitor. Einer ist es. Piu. Menschen, die man sich bei einer Zombie-Card abkönnen, so an seiner Seite wünscht. Oh nein, nicht Minecraft. Ey, Vita hat grad nach mir geschmissen. Magmanus, bist du wieder da? Wieso, bist du Detective? Ja. Oh shit. Magmanus ist gar nicht im Channel. Oh shit. Schnell weg damit. Was ist das Cheat da? Alter ist wahrscheinlich ausgetäumt. Der ist bestimmt raus, ey. Das sind die Cheats. Ach, der hat vergessen rauszugehen. Sag, ich bin Inno. Wo ist denn Vita, Leute? Ich muss gucken, ob ich endlich was in die Hand nehmen kann. Der wollte die Probe noch mitnehmen. Ah, da oben ist Vita. Scheiße. Jo Willi. Da geh nicht. Geh nicht wieder. Boah, was war das denn? Der Detective. Warum hast du das gemacht? Ich bin nur vom Turm runter. Anne, da geht's nicht hoch. Anne, blockt hier alle. Goro Bay, schubst dich jetzt. Ja, oh, Jesus. Hallo. Was? Wow, Double Kill, Double Headshot. Was hast du gesagt? Horschi ist es, er ist hier drin. Vorsicht, Wieter, nicht reingehen. Und Double Headshot auf Dalu. Ey, wenn er jetzt von oben springt, wenn er jetzt von oben springt, sind wir alle tot. Ja, komm, chill. Bitte, oder was hast du gesagt? Wollten? Vita, ich würde da weggehen an deiner Stelle. Sonst sniper ich dich. Willst du auch einer von denen? Oder die Bombe. Das war unhöflich. Unhöflich. Moin. Der Detective ist down. Mr. Pieper muss es sein, Horschi. Ich bin es nicht. Doch, du bist... Aber ist okay. Du bist frei zum Abschuss. Mit welchem Verdacht? Mit dem Verdacht, dass du einfach nicht einer der Traitor bist. Du hast ihn nicht gewaschen. Nein, das hätte ich jetzt aber auch gesagt. Ja, toll, jetzt sehe ich wieder nichts. Wieso, auf wen hast denn du geschossen? In deinem Haus, mit deinem Haus rechts. Was? Weck ist er? Da war ich lange. Oh, eiskalt. So geil. Anne, zack, headshot, dade, zack, headshot. Und Goroba hat sich dann die Leichen angeschwärmt. Ja, ich dachte, komm, gehst du mal die Leichen gucken. Das muss aber ein Fehler bei dir sein, weil du wurdest mit keiner speziellen Waffe angeschossen. Nee, einfach schade. Deswegen frage ich mich, welche Texturen fehlen. Aber wir haben die Map ja auch schon ein paar Mal gezockt, Pieper. Ja, an der Map liegt das auch nicht. Das hat irgendwas mit irgendwelchen Waffen zu tun. Vorher nicht hatte wahrscheinlich. Da wurde mir einer Scout angeschossen, ganz normal. Vielleicht kann ich keinen Schaden sehen oder so. Ah, vielleicht ist es dieses Overlay, wenn man einen Schaden hat. Ja, genau, wenn du unter 20 HP bist. Nee, ich habe gerade über 30. Dieses Flimmern quasi. Stimmt, das kann sein. Ach Mann, und da wollte ich Vita eigentlich mit dem Karren töten, ey. Ja, ging ja auch so. Den Klassiker wollte ich mal wieder auspacken. Ich packe vor allem die Folge, letztes Mal mit Pieper, mit dem Newton-Launcher gleich vorne als Intro hin. Das war so geil einfach gewesen. Er hat nichts gesehen, das hat Newton noch rausgefeuert. Kommt man da irgendwie durch eigentlich hier? Um einen Schaden zu kommen. Du musst ja nicht machen, dass ich... Ich habe mir mitgekriegt, dass er im Wasser gesprungen wird, als Platsch gemacht hat. Lass dich nicht verarschen, wenn du das jetzt machst, wenn er vor dir steht, das geht nur als Traitor. Okay, stimmt. Du bist Traitor? Das stimmt doch nicht. Das geht nur als Traitor. Das müssen beide sein dann. Ich hau ab. Gibt es dir auch den Goldblock? Ich habe auf DALU geschossen. Ich habe nur auf DALU geschossen, keine Sorge. Oh, und da liegt eine Brand drin. Anne, lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Warum? Weil ich auch... Ich habe nur auf den... Ah, Anne! Scout auf jeden Fall, Scout. Anne. Okay. Anne oder Grenz? Wenn ich zuerst hier vorbei stehe, schieße ich einfach. Alle... Was? Hallo? Leute, kann... Der Detective... Ich bin getazert. Hallo! What the fuck? Guck mal, ich musste nur die Lage sichern. Ich musste hier die... Ja, weil du ins Feuer gerollt bist. Die beiden sind freien zum Abfluss, oder was? Was fällt mir auch dazu ein? Anne auf jeden Fall, glaube ich. Ja, ich schieße, Lieber. Anne und Krab... Also, wenn Anne und Grenz noch leben, auf jeden Fall. Weg, 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 weg. Du bist crude. Ich mag dich nicht. Beide. Du bist schon crude. Lass mich in Ruhe. Was bin ich? Crude. Crude. Guck mal kurz hier. Ich schieße auf Innos. Ich schieße auf Innos? Ich schieße auf Innos. Ich schieße auf Innos. Im Nasser ist keiner. Im Nasser ist keiner. Im Nasser ist keiner. Ganz ruhig, ganz ruhig. Dann ist einer schon tot. Gorobai, sag mal was. Äh, hallo, hallo. Vita. Ja, hoi. Pada. Jo. Piepa. Jo. Ah, im Turm, im Turm ist wer. Hier im Leuchtturm. Iben oder auf? Im. Unten. Habe ich ihn gerade gesehen. Ne, da kommt ja die Treppe runter. Anne, Anne, Anne ist im Turm. Schieß! Dann schieß! Anne ist tot. Anne schießt er auch noch. Absatz. Sekunde. Ich konfirm. Sekunde. Die muss es sein, einfach. Die war innocent. Aber hat Grenz getötet. Dann ist Grenz vielleicht noch irgendwo. Sie war inno. Ja, aber hat Grenz... Nein! Dead Ringer! Jetzt ist sie tot. Problema! Das Problem ist vor allem. Sorry, 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 sorry. Hey, hey! Wer hat da geschossen gerade? Ich war da. Sorry. Wenn Grenz Twitter gewesen wäre, hättest du noch was gesagt. Du musstest ein dir sein. Ja, sie hat es halt geschmacht. Ihr seid nicht konfirmt da? Das musste Grenz sein. Okay. Grenz liegt hier, ja. Ich hab... Ich hab'n Konfirm. Jetzt machen wir nicht mal Fan-Fictions Grenzen, machen wir ja auch Necrophil-Fictions. Ja, ne, der Necrophil-Fictions. Ich hab' grad'n Traitor erschossen, hallo? Vielleicht weg. Ich hab'n Traitor... Wer hat das gesagt, dass er'n Traitor erschossen hat? Pada hat das gesagt. Ja, ich hab' Anna aber erschossen. Ja, danach dann. Du hast sie nur vielleicht angeschossen. Das hat's rumgemacht. Na, Peter. Hast du Anna angebummst? Na, Mr. Pieper. Lass mich in Ruhe. Ich tue dir nix. Wo ist die Leiche von Anna? Anna ist mir in Ruhe. 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 Fühlt sich zwar komisch an, aber ich vertraue dir mal. Also wenn ich jetzt sterbe, dann... Fühlt sich zwar komisch an. Wie Pada? Ne, wie Pada? Ja, heute bin ich mir. Nicht schießen. Ne, keine Ahnung. Ne, keine Ahnung. Kann man hier mit der Leiter von Maas? Also wenn da so nicht die Tektiv wäre, würde ich sagen eher... Weil ich den Traitor erschossen habe, ne? Ja. Das ist, das ist kein Grunde. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du auch gerade? Ja, ich bin da einmal hergegangen. Ey, war Dalo nicht eben noch hier? Die Geräusche haben mich so ein bisschen irritiert. Oh? Hast du alles tot? Du hast mich da schon mal getasert. Na, Inge, geschossen. Ich werde verrückt. Danke, er lebt noch. So, wir spielen spielen. Das heißt, roll oder stieren. Oh nein. Oh nein. Darf ich mitspielen? Er stimmt. Ich will mitspielen. Wieder wirst du jetzt die Heilige? Ne, jetzt noch nicht. Ich hab die Heilige, pass auf. Ich will die Treppe hochgehen. Ja, sag das doch. Meine heilige Rauchbombe. Vita oder? Vita oder Gorobei. Nicht Padder. Und auch nicht. Auch nicht. Nein, ich war da auch nicht. Vita oder Gorobei. Der, der lebt ist es. Ja, Vita oder Gorobei. Guck, dass er unten nicht rauskommt. Einfach nach ganz unten gehen und den Gang decken. Dann haben wir ihn. Geh weg da! Das war da von uns übrigens. Ja, ich hab gesagt, er soll vom Leuchtturm weggehen, ich übernehme. Hat nicht geklappt. Ja, dann hat er nicht rausgehört. Guck mal im Leuchtturm, geh mal raus. Guck mal nach unten. Ja. Guck mal nach unten. Ich hab die 4 gekauft und ich hab den Radar. Wer müsste handeln denn deine Katze? Weißt du, als könntest du den Alu-Kart töten? Hättest du mich wiederbelebt, hätten wir das voll lieb. Hättest du ihn töten können? Ich glaube nicht. Ich hab alle umgebracht, bis auf die Alu-Kart. Nicht alle. Nein. Nicht alle. Spielt dein Hund da gerade irgendwie mit einer Katze. Toll, ich bin in der Lava gespawnt. Ne, ne, das ist nicht bei mir. Das ist Horchis Katze. Aber man muss ja mal so sagen, Anne hat mich umgebracht, damit hat sie mehr geleistet als du. Warum bin ich schon tot? Oh, ja. Du hast von der Mine-Cart getroffen. Ich verrat offen. Okay, All of Grants. Ich war das doch geil. Sehr eh Preparing-Phase. Das war Dalu vor allem. Ja, ich bin in der Lava gespawnt. Das ist egal. Was war ich? Dann stirbt All of Grants. Ich heiß, Anne. Alter, ich hab jetzt nach der Phase noch bekommen. Hier, wer war das? Du da? Oh, meine Wortwitze heute. Oh, bin ich gut. Ich hab den Goldblock. Lass mal zum Trader-Tester gehen. Jo, ist geil. Da ist einer gestorben, oder? Hey, hatte Dalu hier gerade den Enterhaken? Vorsicht. Dalu. Ey, wo ist Dalu? Ich bin am Trader-Check. Du hast doch grad hier den Enterhaken, oder wieso bist du so hoch geflogen? Ja, aus dem wie eine Shotgun. Wenn ich den Leiter hochgeklettert bin, verrat's doch. Das sind die Noobs, die Cheats, meine ich. Mann, du gehst zuerst rein, Padda. Nee. Komm, ich geh auch zuerst rein, ist mir egal. Doppeltest, nicht vergessen. Drück den Knopf, Grants. Welchen Knopf? Welchen Knopf? Den hier? Ja. Doch! Natürlich den Knopf. Hä, den Hebel? War das nicht der Hebel da vorne? Der Knopf tötet. Du weißt ganz genau. Nein, ich dachte, der Hebel tötet. Ich bin auch immer noch der Meinung, dass der Hebel tötet. Ich hau hier ab. Ich drück da gar nicht. So, Traitor! Wer? Traitor. Ja, der drin ist Traitor. Und jetzt? Nee, ich bin nicht Traitor. Er ist Traitor. Was? Und jetzt? Padda ist der andere. Hä? Okay, wir haben... Also der ist auf jeden Fall einer. Und der andere ist der andere Padda, oder was? Nee. Der ist doch tot. Der ist doch tot. Anne, wo warst du die ganze Zeit? Ja. Also wir haben hier grad einen Traitor getötet. Ist der andere jetzt auch Traitor gewesen, oder nicht? Nein, kann er nicht. Oh, 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 oh! Grant? Was denn? Ei, Anne! Du hast mich voll runtergeschossen auf 27. Na toll. Allein mit... Konfirm, Anne. Ja, okay. Ah, wir sind alleine, wahr? Nein, nein, nein. Was? Wir sind überhaupt nicht alleine. Dalu lebt auch noch. Der ist ja auf jeden Fall in dem Haus. Oh nein, Vita zielt da auf mich. Ich verstecke mich lieber. Vita, schießt du auf mich? Ja, natürlich. Warum? Ja, weil wir ja scheinbar allein sind und du grad anerschossen hast. Hast du das... Hast du ein Radar, oder wie? Ey, wo schießt du denn? Das sind die Hacks, Vita. Ja. Die Hacks? Ja. Ach, Detective Wolf, ey. Ja, wo hast du dich hin teleportiert? Nach Hause. Campst du da oben jetzt? Ja. Au, nicht snipern! Pistole! Ey, was... Alter, du bist super unhöflich. Wo gehst du denn jetzt hin? Oh nein, ich kann das Messer nicht mehr nehmen. Ja, aber du hast ein Radar, ne? Du Sausack. Ja, du nicht? Nee. Warum schwimmst du denn da unten? Ja, weil ich's kann. Heise, ich hör' dich, aber ich weiß nicht, wo du bist. Ich brauch' noch zwei Sekunden, dann hab' ich erst wieder den neuen Punkt. Ey, ich bin zu blöd, um hier rauszukommen. Du schwimmst, du bist ein Cheater. Halt, warte! Gegen Vita, Leute! Das ist die Chance! Ah, nein! Jetzt holt er so'n scheiß Minecraft, der sagt! Wo ist es? Oh nein, ich glaub' da wird alle weggeworfen. Der hat uns gefunden. Heise! Los, Radar, aktualisier' dich! Da, da, da ist er! Oh! Hau ab! Jaaaaaaah! Jaaaaaaah! Hau ab! Jaaaaaaah! 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 Scheiße! Geil! Best of Grants, ey! Warum hast du Slow-Mo nicht noch gekauft? Ich hatte nichts mehr leider, ey! Ich will das Slow-Mo aktivieren, ey! Geiles Ding, ey!